Das 21. Jahrhundert. Bis hierher ist schon viel passiert. Vor Milliarden von Jahren tauchte unsere Erde aus dem Dunkel des Alls auf. Sie sah vieles kommen, sie sah vieles gehen. Der Mensch bestimmt nun seit einiger Zeit das Schicksal des blauen Planeten. Nach Feuer, Rad und Auto hat das World Wide Web 1989 das Leben auf dem Erdenrund revolutioniert. Und auch sie wurden überzeugt. Eine Website ist eine super Sache für ihr Unternehmen. Ja und? Was ist denn jetzt schon wieder? Seit 2015 nutzen mehr Menschen das Internet von unterwegs auf Smartphones und Tablets als von ihrem Computer. Tendenz steigend. Ist ihre Website nicht für mobile Endgeräte optimiert? Kann die Mehrzahl der Nutzer ihre Seite nicht komfortabel bedienen? Dies führt schnell zu allgemeiner Frustration ihrer Zielgruppe. Ihre Besucherzahlen sinken und ihre Seite verschwindet aus den Suchmaschinen-Ergebnissen. Doch verzweifeln sie nicht. Wir haben ein Heilmittel. Responsive Web Design. Bahnhofsadel gestaltet ihre Internetpräsenz unabhängig vom benutzten Endgerät. Egal ob Handy, Tablet oder Desktop-PC. Ihre Website passt sich automatisch jeder Anzeigegröße an und gewährleistet eine optimale Bedienung auf allen Bildschirmen. Selbst von unterwegs auf dem Smartphone. Ihre Zielgruppe wird es ihnen danken. Entspanntes Surfen, steigende Benutzerzahlen und ein Top-Ranking bei Google und Co. Nur eine Website? Schnell und benutzerfreundlich. Auf allen Geräten. Bleiben Sie im Rennen mit Responsive Webseiten von Bahnhofsadel. Big neben Investment zum sagt, dass dieser Wind here ist. Musik Das ist beim Der Eindruck. Auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm. Egli ist erinnert. Wieh, hier ist kein Bildschirm. Das ist das Nichtregime.